Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Vorwärts, vorwärts. Oh oh, aus dem Weg! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Nur kein Aufsehen erregen. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Feuer! Feuer! Die Schreckensmagier müssen weg. Das habt ihr nicht erwartet, was? Bomber verloren, nicht gut. Laden! Ihr merkt, wie schwer dieser Kampf ist, oder? Oh. Nein. Äh. Kann ich dich irgendwie entfernen? Ah, okay. Machen wir es so. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Nur kein Aufsehen erregen. Wir finden es heraus. Wir finden es heraus. Vorwärts, vorwärts. Vorwärts, vorwärts. Wir finden es heraus. Und ja, ich könnte an den Rest, an den Rundbruch, die ständig respawnen. Ich verstehe. Vorwärts, vorwärts. Üben. Vorwärts, vorwärts. Okay, ein Stück. Nur kein Aufsehen erregen. Ein Stück seit der Truppen dreht um. Es gibt nicht genug Treibstoff. Nur kein Aufsehen erregen. Das ist schon mal praktisch. Psst. Weil ich sie rauslocken kann. Nur kein Aufsehen erregen. Aus dem Weg. Seid bloß ruhig. Also ja, es kommen Gegner. Aber da kommen auch die Magier. Wehntürken. Los geht's. Es gibt nicht genug Treibstoff. Aus dem Weg. Es gibt nicht genug Treibstoff. Aus dem Weg. Es gibt nicht genug Treibstoff. Es gibt nicht genug Treibstoff. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Okay, jetzt wird gefeuert wieder. Und das ist nicht gut. Es gibt nicht genug Treibstoff. Gut. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Nur kein Aufsehen erregen. Wir finden es heraus. Wir finden es heraus. Vorwärts, vorwärts. Vorwärts, vorwärts. Es kommen aber auch immer unterschiedliche Einheiten raus. Was wiederum gut ist. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Also ja, da oben sind auch immer noch Gegner. Es gibt nicht genug Treibstoff. Seid bloß ruhig. Vorwärts, vorwärts. So, ich hoffe, ich habe die jetzt weit genug weggelockt. Wir finden es heraus. Okay, da kommen die nächsten schwarzen Tode an. Und da kommen die ganzen Magier. Okay. Riecht hier irgendwas verbrannt? Ja, dass die Magier so gut angreifen können von ihrer Position aus. Das ist so, so, so furchtbar mies, schlecht, schwierig. Neue Idee ist ein Hinterhalt legen. Hä? Aha. Meine Rüstung ist stark. Euer Wunsch ist mein Befehl. Euer Wunsch ist mein Befehl. Wir gehen. Ungeachtet aller Hindernisse. Schneller, höher, stärker. Ungeachtet aller Hindernisse. Und ja. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Wir gehen. Ich jage alles in die Luft. Jawohl. Schneller, höher, stärker. Wir gehen. Hä? Sind schon so gut wie da. Ja. Nur kein Aufsehen kriegen. Ein Treffer. Hier. Gut. Okay, sehr schön. Gut. Ungeachtet aller Hindernisse. Die Magier Faust kamen sich da. Ich bin hier. Ich bin hier. Los geht's. Aus dem Weg. Nein, nein, nein. Weck da stehen, ihr Scheißmagier. Feier! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich jage alles in die Luft. Ich bin hier. Ich bin hier. Kirch. Wir finden es heraus vorwärts vorwärts ich verstehe wir sorgen dafür dass niemand etwas merkt okay das war schon mal nicht schlecht die idee wir machen keine leichten sachen es gibt nicht genug treibstoff wir stellen die tankkette darauf ich verstehe ich verstehe ich verstehe Ihr habt eine aufgabe für meine gedanken gelesen ihr habt meine gedanken gelesen ihr habt meine gedanken gelesen mehr ja als nein okay das ist doch nicht so in ordnung gewesen ich jage alles in die luft es gibt nicht genug treibstoff und so der rest vorwärts vorwärts hier schneller höher stärker ich war mir auch ehrlich ob das so viele kommen weil wir einfach gut gut schneller höher stärker es sind genug kugeln für alle da aus dem weg euer wunsch ist mein befehl warum dreht ihr um und greift die an wir gehen schneller höher stärker schneller höher stärker ungeachtet aller hindernisse höher stärker wir sorgen dafür dass niemand etwas merkt es sind genug kugeln für alle da okay das save äh vergessen wir das save das funktioniert so nicht ich habe keine zeit zu reagieren aus dem weg es gibt nicht genug treibstoff jawohl gut wir gehen neue idee wir locken sie in die richtung und flankieren sie dann um ihre schreckens magie schnell loszuwerden gut wir gehen schneller höher stärker ach ja und ungeachtet aller hindernisse schneller höher stärker schneller höher stärker wir gehen wir gehen wir gehen ungeachtet aller hindernisse ungeachtet aller hindernisse ungeachtet aller hindernisse schneller höher stärker gut aus dem weg es gibt nicht genug treibstoff jawohl wir gehen ah los geht's es gibt nicht genug treibstoff nein das hilft auch nicht wirklich es sind genug kugeln für alle da aus dem weg hier es gibt nicht genug treibstoff euer wunsch ist mein befehl wir gehen oh ich hab sie ich hab sie im nacken ich hab sie nicht genug manna jawohl schneller höher stärker schneller höher stärker wir gehen gut ungeachtet aller hindernisse wie ihr seht es ist schwierig es ist echt verdammt schwierig aus dem weg los geht's direkter angriff ist unmöglich los geht's ein angriff von hier oben wenn die schreckens magier da gegen das ding schießen ist immer noch am vernünftigsten ich bin hier zum sieg geht's schweigen vorwärts vorwärts Los geht's! Es gibt nicht genug...